Diese Jane sagt, sie wäre die bessere Partnerin für Tarzan gewesen. Das ist Jane Goodall. Als Mädchen war sie in Tarzan verknallt, jetzt ist sie 90 Jahre alt geworden und ist weltweit als Affenforscherin bekannt. Sie beobachtete, wie Schimpansen mit Hilfe von Baumzweigen Termiten aus deren Hügeln holten und fand so heraus, dass sie Werkzeuge herstellen und benutzen konnten. Diese Entdeckung revolutionierte das bis dahin geltende Bild vom Menschen als Krone der Schöpfung. Um Affen zu erforschen, lebte sie viele Jahre unter wilden Schimpansen im afrikanischen Gombe. Ohne studiert zu haben, machte sie ihren Doktortitel an der Universität Cambridge. Bis heute engagiert sich Goodall für den Tier- und Umweltschutz.